Es gibt ja oft diese Aussage, ich möchte mein Steak blutig haben. Nur was viele Leute nicht wissen, ist, dass in einem Schlachtkörper im Fleisch eigentlich kein Blut mehr drin ist. Viele Leute denken ja, dass ein Schlachttier eigentlich erschossen wird und dann tot ist. So ist es zwar bei der Jagd, aber normalerweise, wenn es vom Metzger gemacht wird oder im Schlachthof, ist es nicht so, sondern das Tier wird betäubt, wie auch immer, mit Bolzen, elektrisch oder mit Gas und wird dann durch Blutentzug getötet. Also man macht sich in dem Fall zunutze, dass das noch schlagende Herz den Schlachtkörper leer pumpt, weil es dann auch haltbarer ist. Als ganz einfacher Beweis dafür, Blut würde ab 45 Grad schon anfangen zu gerinnen und dann hätten wir, wenn noch Blut drin wäre, Blutgerinnsel im Fleisch drin, was wir nicht haben. Sondern was wir drin haben, wenn wir es anschneiden und so eine Flüssigkeit rauskommt, ist Fleischsaft oder Zellsaft. Und deshalb können wir kein blutiges Steak essen, weil im Fleisch kein Blut mehr drin ist.